hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich spiele heute mal wieder free fire heute ist mein letzter urlaubstag also eigentlich ist heute mein noch nicht mal mein erster morgen ist mein erster urlaubstag aber in diesem video ist es mein letzter urlaubstag und ich probiere schon seit tagen schon seit einer woche immer dieses br ranking zu spielen es geht einfach ich komme in der warteschleife da steht geschätzte zeit nur eine sekunde aber es läuft bis zu drei minuten noch was dann kommt die fehlermeldung von b keine ahnung irgendwas und es wird abgebrochen und das schon die ganze zeit also ich komme einfach nicht weiter in meiner br ranking deswegen werde ich das normale spielen also ohne ranking wie das battle royale und da komme ich dann auch immer schnell rein also deswegen bleibt dran und viel spaß bis gleich ok es geht los der fordere nachteil bei dem b r eine battle royale nicht ranking bei mine battle royale was hier zu spiele ist es sind hier sehr sehr viele spiele weil die br ranking war meistens auf der ke mit dabei und hier sind viele spiele unter uns also sprich jetzt wird es ein bisschen schwieriger soll uns jetzt stören ob da mehr spiele oder weniger spiele dabei sind ist nun mal ein bisschen schwieriger ich habe auch die stimmale br also das battle royale noch nicht so oft gewonnen ich habe zwar schon ein paar mal gewonnen aber meistens habe ich verloren vertreten ich muss mal genau zu hören weil hier genau ist ein spieler gelandet Ich hab ihn mal da. Ok. Gut. So, das ist der Vorteil. Wenn ich ganz früh sterbe, werde ich gleich nochmal rausgeschmissen aus dem Flugzeug. Aber ich glaube da ist einer. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Ah, ein Schraub fällt runter. Ah, schön, endlich! Ein bisschen bessere Sachen, jetzt muss ich mich schnell reparieren. Was ich nicht brauche, rausschmeißen. Und weiter geht's. Nachladen, nicht vergessen. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich habe noch einen scheiß Helm, den würde ich gar nicht wechseln, aber ich bin schon tot. Schauen wir mal den Spieler hier zu. Also, er hat hier das Rote, die Hüsse... Wir geben ihm mal einen Like jetzt. Mich gekillt. Ich krieg den Like. Der war in einem Team unterwegs, so wie es aussieht. Und er hat hier eine blaue 1 drüber laufen. Das ist auch immer ein bisschen unfair, wenn du normalen Wette Royale spielst. Weil du kämpfst auch gegen Leute, die im Team sind. Das sind noch drei Spieler da. Eieiei, das war laut. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich habe noch mal eine Ska. Das war's für heute. Ich habe noch mal eine Ska. Oder ist das eine Aka? Ah, ich finde mal, er wird gewinnt. Aber kann. Da entsteht der eine. Ich habe was gehört. Da ist er. Also, wenn man so schaut, sieht man... Ah, da ist er auch mit dem Haus drin. Ich finde, wenn man guckt, sieht man mehr als wenn man selber spielt. Also, habe ich immer sowas gefühlt. Was auch war's für heute? Wann ist er? Hast du wohl heute? Ich weiß nicht, es kann sein. Ich habe mich nicht. Wann ist das bereit? Ich bin nicht. Ich bin nicht. Nehm. Ich bin nicht. Jetzt gehen wir. Ich bin nicht. Dach, gehen wir auf den Friedhof. Oh, landet im Büro auf dem Dach. Da war ich noch nicht. Hier war ein Fenster. Hier kann man rein. Opsa, schnell. Okay. Ein Scharfschützengewehr, das brauche ich auch. Was habe ich denn jetzt? Oh, mein Liebchen. Dann würde ich die Ska wechseln. Perfekt. Okay, you want me to six, man? Oh, jetzt erstmal schnell die Beste. Das ist ein großer Zack da hinten. Und das Rohr noch. Okay. Aber Pilzen futtern. Dann schauen wir mal, wo ist das? Wo bin ich? Ich bin... Ach, ist ja genau hier an mir. Das ist doch gut. Das? Das ist gut. Okay. Das war Computer. Das war kein Computer. Warum hat er mich so schnell gekillt? Wie geht das? Das müssen wir uns mal anschauen. Das kann doch nicht passen. Da passt das nicht. Ich höre noch eins. Sind zwei Leute da? Ein Schuss, ein Kill. Hallo? 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 Es war kein Goku. Ich bin... Das ist ja... Ich bin... Ich bin... Wenn das nochmal passiert, dann muss ich nicht mehr wissen. das habe ich nicht richtig gesehen da ist noch einer, der läuft auf der straße, jetzt läuft er rüber ich glaube ich melde dir mal hört ihr e-mailen? ich weiß es nicht haben wir mal das Kopfschuss, melden ich weiß es nicht, macht es mich ablen Das ist doch nicht normal, oder? Ach, Leute. Ist das normal? Das ist doch nicht normal. Ihr könnt ja in den Kommentaren schreiben, ist das ein Hacker oder nicht? Ich glaube, es muss sich noch einer beschweren, damit er es überprüft. Ich habe probiert was aus. Okay. Da läuft ein Tinten Aira. Das ist doch nicht normal. Ich glaube, das ist nicht normal. Wie fährt er denn noch? Hat er das gesehen? Und ein richtiger Video bleibt. Naja, ich tige nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Tschüss. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020